Puh, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ähm, seit bei Liter 4. Wir sind dabei immer noch Gegner auseinanderzunehmen, oder? Er weiß, dass wir hier sind, okay. Der wird also hier um die Ecke geschissen kommen. Das war mir ja schon klar. Kuckuck. Das war mir schon klar, dass du da die Variante nimmst. Okay. Komm, wir wollen rufen. Den müssen wir noch rufen. Müssen wir, dass wir jetzt hier fahren. Komm, Hilfe. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen... Das sollten wir ein bisschen... Uh, das sind wieder einige Gegner. Das sind wieder einige, viele Gegner. Drei, sechs, acht sind es, glaube ich jetzt. Deswegen werde ich mich jetzt hier gerade ein bisschen... Chill. Scheiße, der weiß, dass wir hier sind. Oder irgendwer weiß, dass wir hier sind. Sieben. Sieben. 6 Puh Ich muss sich ein bisschen heilen Tod 5 4 3 Naja gut Sind tatsächlich doch noch 5 So der ist auch noch da Ja Schon klar Ja guck ob ich den kann Ob es den auf dem Ball zerfetzt Ne wird es nicht Hört Schatz Jetzt gehen wir mal nicht auf den Sack Alter So der ist tot Haube ich mal Der ist tot So wunderbar Nice So So Ist nicht das Panzer Sollte da nicht ein kleiner Panzer kommen So 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 Ich habe die Springfield wieder. Das ist nämlich, bis ich die Schauschütz, welcher Schauschützgewehr noch habe. So, irgendwie muss hier was überprüft werden. Das ist das Problem an der Sache. Ich vermute, dass es der hier ist. So, was muss hier liegen? So, was muss hier liegen? Ich vermute, dass der Scheißpanzer das war. Scheiße. Ich vermute, dass der Dreckspanzer das war. Den kriege ich jetzt... Der fackt mich jetzt gerade extrem ab. Das sieht jetzt sehr nützlich sein. Ich vermute, dass es der ist. Ich vermute, dass der Dreckspanzer das war. Ich vermute, dass der Dreckspanzer das war. Und dann geht's ... So, was ist er denn? So, tot. Und das ist down. Ich muss hier eine Einheit damit kriegen, ne? Ich glaube, den hat es ziemlich gut erwischt. 100 Meter. Wer labert hier? Hedgehogs. Ja, kommt doch her. Vielleicht habe ich keine Munition mehr. Brauche ich auch nicht. Bam, der ist tot. Bam, der ist tot. Ja, das ist tot. Gut, der ist auch Geschichte, der Sieb. So. Ich suche mal weiter. Ich suche mal die Jungs hier, damit ich weiterkommen kann. Sonst nichts. Ein Verband. Wunderbar. Okay, die sind da oben noch ein paar Leute. Lass mal sie mal kommen. Sie sind eh nicht mehr so viele, oder? Der geht weit durch. Was hab ich gemacht? 103 Meter. Ich hab da jetzt leider überlebt. Die wissen eh, dass ich hier bin. Und da ist mir das herzlich egal. Das ist da. Das nervig ist. Schwerfen, nervig nicht. Schwerfen, nervig nicht. so eigentlich war das anders der plan die dokumente muss ich darum noch finden soldaten tippen was vergessen ich muss den konvoi rufe ich muss jetzt wieder raus hier erstmal das gute ist ich habe hier ein bisschen ruhe ich habe hier nicht wirklich die gegner auf der dreckspanzer ist weg das ist das erste mal wichtigste gut da sind die dokumente nummer zwei gut dann geht es weiter jetzt nach links jetzt muss ich den lkw konvoi rufen ich vermute es hier nicht mehr so viele gegner sind sind nämlich nur zwei sind so jetzt hier war ja koko So, wir sind mal jetzt so mit dem. Die brauchen wir nämlich auch. Und ich glaube, da ist diese Insel eigentlich auch schon fast clear, ne? So, dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Alles mit, ne? Was? Ich vermute, dass sie hier oben sind. Äh, dass sie hier oben sind. Ja. Ne, warte mal. Da war noch was. Ich frage jetzt, wo will der lang? Oder beziehungsweise, wo kommt der lang? Das ist die Route von dem Konvoi, oder was? Da kommt der Konvoi, okay. Hm. Hm. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind das. 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 Wir sind das.